Ich kann uns da sitzen, schön, das ganze Nürn wieder, kann man aus der Terrasse. Wir sind jetzt im Central und ich habe schon was gegessen. Ein Hottock, aber der Herr hat noch gar nichts gegessen. Jetzt werden wir schauen, wo wir fooden können. Es ist heute Sonntag und es ist einfach vieles geschlossen. Aber trotzdem, wir wollten ja eh nicht shoppen oder sonst was, sondern uns ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen und natürlich essen. Schatz, haben wir da was? Haben wir da was? Nein. Ich glaube, da ist diese berühmte Kirche da oder wie man das nennt. 60 Minuten Preiss Wi-Fi. Wo? Ja, ich bin nicht so nah, weil ich filme dich ja. Also, da ist die Straße. Und hier gehen wir lang. Gehen wir da? Wir haben Deutsch geredet. Wir sind jetzt da in der Altstadt, wo die ganzen Touristen sind. Und ja, jetzt zeige ich euch schnell, wie es hier ausschaut. Guckt mal, da ist diese berühmte Gegend, diese Kirche. Also, ich denke halt, es ist eine Kirche. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ja. Das ist auch neidklapp, oder? Neidklapp, oder? Neidklapp, ja. Wir suchen jetzt was zum Essen, oder? Soll ich da zum Superseiten werden mit der Mitte? Ja, warte. Da ist die Burg. Ja, da ist die berühmte Kirche. Ist das ne Kirche, Schatz, oder was ist das? Das hier. Na, aber ich meine das da. Wohin gehen wir? Wir dachten, es sind keine Menschen in der Stadt. Falsch gedacht. Da sind die ganzen Christen. Was sagst du? Da ist die Straße, wir gehen einfach entlang. Wir brauchen unbedingt was zu essen, aber wir wissen uns gut. Was? Hier gibt es sogar so Stände, wo man einkaufen kann. Ja. Souvenire. Souvenire? Ah ja, wir müssen für Mama ein Magnet kaufen. Das ist das einzige, was sie will. Sollen wir jetzt schauen? Wir schauen jetzt in die ganzen Stände. Und wir kaufen jetzt für die Mama ein Magnet. Okay. Wir werden mit diesem Boot fahren und durch diesen Tunnel fahren. Schatzi. Guckt mal. Guckt mal. Ich glaube, das ist das Barzeichen für die Kinder. Ja, dann ist es. Oh oh. Vielleicht sieht das so schön aus. Oh, richtig schön. Was ist das? Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Okay. Ich bin schon mal ein bisschen hoch, weil ich wieder noch kurz rein kann. Also drei. Also drei. Ich halte die. Ich bin schon mal. Und das kennt sich schon aus. Und ich wollte eigentlich mit dem fahren, aber du kannst nicht mehr. Kommst du bist? Okay. Zwei kaufen kann man auch. Nein, genau. Nicht nur die Eins kaufen. Und ja, sie kommen was trinken. Und da auch. Unter der Brücke. the robot. Und wir warten auf unser Boot. Da ist zwar ein anderer, aber der gehört nicht mehr. Wir sind jetzt im Boot. Wir fangen ein bisschen herum. Und danach gehen wir essen. Ich bin satt, du musst essen. Also ich muss essen. Ich halte es jetzt ein bisschen nach oben, dass du weißt. Wir fangen jetzt ein bisschen in die Natur. Naturbüsche. Ich bin gespannt, wie es da ist. Ich treffe mich auf die Alain. Ich hab das nichts gelos. Noch nicht, wie es uns in die Gelsäume hat. Ich sage es nicht, wie es aus dem Einen gibt. Ich habe es in die Tatsache. Wir haben, wir haben ihn vorhin. Wir sind jetzt auf der Suche, was Süßes zu essen und Alex will da unbedingt mit diesem Bike fahren. Zeig nochmal. Ja Schatz, super machst du das. Wir wissen nicht, wo man was Süßes findet. Wir sind wieder an demselben Ort gelandet, wo wir am Anfang waren. Ja, ist jetzt auch nicht gecheckt, dass wir schon da sind. Wo gehen wir jetzt? Nanu? Wo gehen wir? Schatz, haben wir da was? Nein. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Bilder machen und dann gehen wir zurück ins Hotel. Was hast du gefunden? Ja genau, da wollen wir später essen. Promoten. Promoter essen. Zu promoten. Hallo liebe Leute, wir wollten in Tokio Picknick und da gibt es eine Rahmenbar. Guckt mal, da ist es sonst aus Glas. Sonst sind alle Britten so altmodisch. Da ist die Kirche, da will ich noch hin, bevor wir ins Hotel gehen. Hier ist unser Apartment. Übrigens ist bei uns gleich ein Mäcki. Da ist unser Apartment. Und da ist der My Drive. Und da ist es. Gehen wir jetzt rein und später schauen wir wieder in die Stadt. Und hier geht es zum Automaten bei uns. Hier ist der Gratis Café und Cappuccino. Aber wir wollen ja Wasser. Water. 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 Da ist die Lobby und jetzt gehen wir rauf ins Zimmer wieder. Wir haben dann schnell heiße Schokolade geholt. Hier kann man sogar sitzen. Schön. Hier sind die ganzen Bilder. Hier kann man raus zur Terrasse. Schaut so aus. Echt schön. Jetzt gehe ich aber ins Zimmer. Richtig schön. Ich hoffe unser Zimmer ist sauber. Knock knock. Es ist sauber. Das geht uns echt leicht. Wir haben sogar ein Klima. Ich sag es euch. Da oben. Schalten wir sofort ein. Das Bett ist gemacht. Und unser Koffer. Da zeige ich euch schnell das Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Haben wir auch schon betätigt und geduscht. So schaut das aus. Richtig schön. Fein. Fein. Und sogar ein riesen Fernseher. Und eine riesen Kabine. Zeige ich euch. Wir sind jetzt wieder in der Stadt. Wir gehen was essen. Und wir sollten uns beeilen. Das ist rot. Ich weiß. Aber wenn du so langsam bist. Ich habe vorhin schon gesagt. Gehen wir mal. Wir suchen uns für die Kameras halten. Ja. Ljubljana. Bye night. Bye night. Schatz. Da ist sogar eine Live Show. Ja. Ja. Wir haben jetzt gegessen. Wir gehen nach Hause. Leider sind wir auf Pension. Also wir sind schon im Hotelzimmer. Wir waren noch ein bisschen unterwegs. Leute. Ich habe so viel gegessen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Ja. War auf jeden Fall sehr lecker. Ich würde noch mehr essen. Aber ich spiebe mich sonst an. Alex ist da hinten. Sagst du Hallo Schatz. Hallo Schatz. Wow. Ich werde dann noch duschen gehen. Und dann ein bisschen packen. Und dann schlafen. Also wir checken jetzt aus. Und fahren in die Stadt. Vorher gehen wir noch frühstücken. Gern Schatz. Und ja. Wir haben schon alles gepackt. Da ist unser Koffer. Und hier ist auch nichts mehr. Außer Schmutz. Ja. War echt ein schöner Kurzurlaub. Könnte ja länger sein. Das ist mein Outfit. Ich werde mich später umziehen. Wenn wir dann im Bus sind. Ja. Ja. Da ist die Mausi. Ja. Jetzt müssen wir gehen. Ja. 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 Wie ist das? Von 1,87. Er hatte eine Waffe. Und wir sind abgehauen. Dann hat Alpain geschlafen. Aber es war so intens. Es war wie im Freeland. Ja. Und da ist eine amerikanische Mülltonne. Wir gehen jetzt runter. Wollen jetzt dann frühstücken gehen. Ja. So geht es runter. Hier sind wir auch schon bei der Rezeption. Wir werden jetzt unseren Schlüssel abgeben. Da tut Alex noch auf Reiseführer. Ja. Könnten wir gebrauchen. Und da sind die anderen Zimmer. Ist wirklich wunderschön. Der Liebling. Da waren wir gestern essen. Und das war kacke. Also nicht zum Empfehlen. Die wissen gar nicht wo's Ramen sind. Geh Schatz. Bye bye oder? Bye bye. Man Butter. Ich mach ein Video. Ja. Wir müssen das so machen wie bei Sitcoms. Wenn die letzte Folge kommt. Geh rein. Macht das Licht aus. Und alles geht in Dunkel. Wir sind jetzt wieder in der Stadt drinnen. Wir haben schon ein bisschen frühstückt. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an. Machen Bilder. Und später geht dann ab nach Hause. Da ist die Brücke ja? Ich weiß nicht. Da waren wir gestern drüben. Da ist Olymp. Da ist die berühmte Brücke. Da ist Alex. Oh. Der rennt schon weg von mir. Da ist Alex. Da ist Alex. im Beispiel geht bal. Digesiade. 吧